Kreativ, professionell und menschlich. Also ich kann mich wirklich bestens empfehlen. Offen, offen für Neues, kann man sagen. Sehr sympathisch. Sehr korrekt. Ja, also, überzeugend. Es war mein Elternhaus und ich habe die letzten 25 Jahre noch drinnen gewohnt, zum Teil noch mit meinen Eltern. Und ja, es ist mir schwer gefallen. Ich konnte ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, mein Leid klagen. Er hat mich da ein bisschen getröstet. Und es war sehr einfühlsam. Das war sehr wichtig für mich. Ich will mit Menschen reden, mit Menschen zu tun haben. Und das hatte ich bei Herrn Simon in seiner Firma. Ich habe ihn beauftragt, um mein Haus zu verkaufen, das ich aus gesundheitlichen Gründen am Mann bringen wollte. und ich bin mehr als begeistert vom Herrn Simon. Ich konnte ihn jederzeit anrufen, das war mir wichtig. Er war eigentlich immer für mich da. Sogar an dem Hüsi ein Türchen bauen. Ja, das ist jetzt... Das ist nicht selbstverständlich. Ja, als wir bei der TKB eine Jubiläumsfeier waren, da haben wir uns mit der Familie getroffen, respektive sind auf ihn gestossen, und am einzelnen Abend sind noch lustig. Ja. Es war wirklich sehr angenehm eigentlich. Ganz... Als würden wir uns schon länger kennen. Ganz ein angenehmes Gespräch hatten wir dann. Die Wohnung hat wirklich auf Ahib alle unsere Wünsche erfüllt. Sogar die von der Katze. Ja. 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 Ja.